Hey Leute, was geht? Heute habe ich wieder ein neues Unboxing für euch. Also noch ein Unboxing. Zurzeit habe ich mir ziemlich viel bestellt. Und ja, ich habe einfach bei einem anderen YouTuber nachgefragt, ob er mir ein Paket schickt. Und zwar die Monster Mixed, weil die ja ziemlich selten ist. Gibt es nicht mehr auf Drink4U, außer die große halt, die 710ml. Ich glaube für 20€ oder so, das ist mir einfach viel zu viel. Und ja, deswegen habe ich den halt einfach gefragt, weil der hat auch ein Review über die gemacht. Und ja, wäre auch cool, wenn ihr mal bei seinem Kanal vorbeischauen würdet. Der Kanal heißt Max Schneider und ja, der macht auch Reviews und so, Unboxings. Und ja, wie schon gesagt, da ist eine Monster Mixed drin. Und ja, ich werde das Paket jetzt gleich öffnen. Das Ganze wurde von DHL gesendet. Und ja, ich stelle die Kamera kurz auf die Seite. Aber man sieht auch so alles. Ja, okay, dann mache ich das ganz kurz auf. Okay, dann hier noch. Recht gut zugemacht. Okay, und hier. Hier. Oh Gott, wie ist das denn zugeklebt? Etwas viel Klebeband. Aber naja. Es geht. Man kriegt es auch. So, jetzt ist es offen. Keine Ahnung, was das für ein Klebeband ist. Nehmen wir mal die Kamera wieder. So. Recht viel Klebeband. Na ja, egal. So, dann werde ich das Ganze jetzt mal öffnen. Hier schon mal alles mit Zeitung umwickelt. Ja, okay, dann. Weg. Weg, weg. Und auch weg. Aha, hier ist die Dose. In so einer Papprolle. Und da drin auch nochmal mit Papier umwickelt. Ist doch ganz gut verpackt. Oh, da ist aber ganz schön viel Papier drin. Dann machen wir das doch so. Und da ist sie ja auch schon. So. Hier, die Monster Mixed. Ja. Mit. dem schönen Tab. Also, die hat nur hier eine ganz kleine Delle. Aber mehr auch nicht. Ist doch gut. Ja, also sieht halt genauso aus wie die Chaos. Aber, ja. Bloß, dass halt Mix draufsteht. Ich glaube, die wird schon seit... Ich glaube, seit 2012 oder so wird die nicht mehr hergestellt. Ich weiß es nicht mehr. Oder 2011. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall. Die Dose ist echt schön. Und ja, nochmal vielen Dank dafür. Ich werde natürlich auch eine Dose hinschicken. Und ja, die Dose zeige ich dann jetzt auch gleich mal. Wartet. Ich stelle es auch nochmal ab. So, steht das auch? Ja, steht. Und zwar schicke ich eine Übermonster. Ja. Ich habe halt jetzt die Übermonster dann gegen die Monster Mix getauscht. Und ja, ich glaube, ich werde das Paket dann noch heute zur Post bringen. Ja, also das war mein Unboxing. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also ich zeige jetzt nochmal die Dose. Damit ihr auch sieht, dass sie keine Dellen hat oder so. Ja, okay. Hier hinten ist ein bisschen abgekratzt. Aber naja, mehr auch nicht. Und oben der Kronkorken. Und ja. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Nochmal danke dafür. Ciao. Ciao.